Warte. Starter Art, das ist wieder sowas wahrscheinlich. Okay. Holen wir uns erstmal alle Zombies. Ja. Oh, nun wieder. Das ist jetzt der ultimative Troll. Lol. Ja genau, ich sperre mich alleine mit nem Zombie ein. Way. Möchtest du ein bisserl kuscheln oder so? Ja. Aua. Weser auf untote Haut. Lecker. Das ist ja gar nicht mit dem Gast. Keine Ahnung. Der Gast kann mich mal. Oh wirklich, ey. Dann schauen wir mal dahinten. Aber wisst ihr, was mir grad aufhören ist? Der Gast ist normalerweise viel stärker als ein Zombie. Und was tötet uns die ganze Zeit? Zombie. Zombie, ja. Ah, da kann man natürlich nicht weiter. Ha. Weil ich's kann. Einfach nur, weil ich's kann. Ja, als kannst du ein Pikmin vor Barine. Diabrostpanzer, Diabrostpanzer. Oh man. Da war ein Pfeili drin in der Truhe. Ja, hier auch. Und die nimmt dir jetzt am besten mal Mahnung. Genau. Hier liegt noch ne Sniper. Pfeili. 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 Ja. Ja. Wir müssen auch Startup B finden. Okay. Dann muss hier ein. Da ist ne Eisentür. Ich hör immer nur ein Geist. Oh. Ich hab den Schalter dritten mal umgekommen, aber der hat nix gemacht. Der Startup B. Da ist wieder ein Sniper mit Pfeilen. Da wieder. Ey. Ich glaub ihr könnt uns alle mal so. Ne. Einer nimmt. Einer ist Ferienkämpfer. Ah, Startup B da. Ja. Dann eine haut mal auf Statter A drauf und andere auf Statter B. Wo ist die Startup B? Achtung. Ich haut's mal auf Statter A drauf. Pick B. Let's try again. Ja. Oh, wo? Pikmin, Pikmin, Pikmin. Ei, 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 ei. Oh mein Gott. Boah, fast down he. Ich hab irgendwie kein, kein Leben mehr. Aber ich lebe trotzdem noch. Ja, das war von mir vor der Art, dass ich vergiftet. Garde. Ey Leute, wir machen jetzt ein kleines Battle aus den ganzen Sachen. Wer am Ende das höchste Level hat. Okay. Okay. 43. 46. Aha. 40. Also oben mal draufhauen. Also B. What? Wollen wir ein bisschen drin? Ja. Ja. Here we go. Fixed. Ja. Muss mal kurz Optionen. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Ich muss mal kurz die Deckfahrer ein wenig hoch stellen vom Chat, weil ich kann das irgendwie nie lesen. Okay. We go fixed. Okay, wir haben's. Also. Also. Nur mal laufen? Schalte? Ne, ne. Wir haben's. We go fixed. Okay. Oh. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau was das heißt. Mal Chat mal lesen. Ja. Wir haben's repariert. Fixed heißt repariert. Ja. Ja. Also dann. Wo geht's weiter? Gehen wir mal jetzt mal in die andere Richtung. Wo bist du? Hier. Oh. Richtung. Wieder zum Start oder bei? Ja. Und dann halt mal in die andere Tür. Vielleicht ist da jetzt irgendeine Tür aufgegangen oder so. Ja. Schauen wir mal. Oder. Da wollen wir vor den Eisentüren auf der Seite. Vielleicht ist da auch die aufgegangen. Ja. Eben. Irgend so was. Aber die Gast, die haben sich einfach abschüdet. Ey. Die Atomkraftmiler schauen wirklich geil aus. Ja. Seh ich jetzt. Vielleicht da hinten irgendwel, wo es ist. Braucht jemand einen Eisenbrustpanzer? Na. Na. Moment. Ah. Na geht's nicht. Na. Das schiebt man sich jetzt nicht, Affi. Na. Da kommen wir nicht weiter. Da durch das Loch. Weißt du was mich mal reizen würde nochmal mit dem Texture Pack einfach ein ganz normales ähm. Spiel spielen. Ganz normales Spiel spielen. Also Survival mode oder so. Das hätte. Hätte man. Kann's gehen machen. Hierzu. Ich erinner aber trotzdem wieder hinten. Vielleicht ist da oder doch was passiert. Find the industrial sector. Das haben wir. Fix the generator. Haben wir. Find a way to the nuclear power plant. Wir müssen irgendwas. Also Richtung. Richtung Miler denke ich mal. Also Richtung so. Umkraftwerk. No parking. Oh. Ja. Ja. Wir müssen uns eiskalt mit unserem imaginären Auto davor stellen. Das war ein cooles eingewurfter Auto. Ja. Du kannst ja selbst fahren. Das Minecraft kannst du ja. Ja. Tja. Hm. Beide. Ja. Nimm sie mal mit. Schaut schlecht Ass. Doch vielleicht oder? Na das ist ja mal Ass zu kommen. Da ist der U-Bahn. Schaut gut. Ah. Hm. 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 Na weil da halt alles brennt her. Ja. Das ist voll konnte auch nicht zusammenhauen. Nicht? Na. Nicht nicht weg. Stimmt. Aber. Nicht drei. Eine Runde. Nicht bin mir runtergefahren. Das gibt's doch nicht. Ja. Oder mein wieder Affe. Also. Ich glaub ich hab nen Weg. Ja. Okay. Wo bist du ungefähr? Ähm. Hier. Du 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 du. Ach du. Ach so. Aha. Ah. Du vielleicht über Affe. Du vielleicht über Affe. Du. Andi. Wo bist du? Ja. Ich bin da jetzt so beim U-Bahn auskommen. Ah. Okay. Hier. Komm mit. Ja. Aber das hilft uns ja näher viel. Ne. Aber. Schau mal mit. Ach so. Ja. Ich bin jetzt da bloß so trust of fun draufgegangen. Mal Lucky Lucky da. Ah. Da blinkt der wo's. Kommt. Ah ja. Sehr schön. Ah. Ich bin so blöd. Ich laufe immer die ganze Zeit vor und zurück und hin und her. Und dann erwische ich manchmal einfach E. Was ist das? Mach es in mit. Und mach es in den Torgy auf. Ach so. Das hab ich umgestoßen. Oh mein Gott. Auf. 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 V. Na echt. Ich hab. Ich hab alles auf der Standardsteuerung lassen. Außer den Chat. Den hab ich auf Enter gelegt. Weil mich das aufgelegt hat. Stimmt. Oh ja. Das hab ich ja auch noch geändert. Ich nicht. Sonst spiel ich mit der Standardsteuerung. Alle essen das. Ja. Um. Jungs machen wir Prozeit. Ja. Machen wir Prozeit. Bei mir geht's weiter. Bei eng. Hier. Okay. Heute. Jetzt die Tür aufkommen. Oh oh. Ah. Guck mal wie der Bubble. Oh. 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 Drückt's mal nochmal da unten den Knopf. Ich glaub nicht die Tür war's. Ja. Was hast du normal deaktiviert oder was? Ja. Ja. Mach mal nochmal ab. Please open the door. Jetzt hat. Okay. Jo. Ich mein. Ich hab mal wieder Bock auf ne neue Waffe. Oh. 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 Ups. Fockel. Okay. Die Fockel ist jetzt weg. Äh. Ein Schalt. Ah. Ich glaub ich weiß wo man so hin müssen. Also ich nehme hier erstmal die Diamantenschuhe. Nein. Du könntest nur was abgeben. Pick meins. Pick meins. Hilfe. Ich hab noch einer. Ich sterb. Ich sterb. Hundertprozentig. Ach wo. Oh. Halbes Herz. Oh. Oh ja. Boah. Alloy möchte ich das nicht spülen. Na. Es steht. Chainsaw Sword. Trank der Heilung. Ich will immer noch einen zweiten dann machst du. Kimbo. Kimbo Chainsaw Sword. Ach Kimbo. Jawohl. So. Hey Leute. Wir haben Mission 5. Erledigt. Aber ich hab das Brächel immer noch. Ich auch. Komisch. Ich hab da raus. Warte ich schmeiß einfach in die Kiste. Teams like Rick is waiting for you at the power plant. It's time for your team to secure the nuclear core. Pack. A station. Operational. Help Rick. Overdrive the network. Make a description. Ach und da ist wer ein nuclear. Ah Pikmin. Wow. Die uns echo noch aber wir greifen ja Pikmin an. Die normalen Zombies sind mir ehrlich gesagt auch die Pikmin. Ja. Ja bestimmt. Wir sind jetzt so hart drauf. Ne ich finde irgendwie die Pikmin schlagen ja schneller. Da hab ich irgendwie so das Gefühl. Leck. Du stehst neben einem Pikmin und kannst sofort schauen. Der Zombie ist aber ein wenig träger. Schau mal hier erstmal. Vielleicht sehen wir hier noch irgendwelche Kisten mit irgendwelchen voll die OP-Waffe und so. Oh oh. Warte mal. Ich hab's einfach drauf. Nein jetzt bin ich wieder am Anfang. Also beim. Ja beim Bahnhof. Ich weiß schon. Okay was ist das? Insel. Insel.